Tom hier von Race2Go. Wie ihr schon seht, Signalfarbe gelb. Jetzt müsst ihr zuhören und hinschauen. Mercedes der Baureihe W203. Etwas älteres Fahrzeug. Der Werbeslogan von Mercedes ist das Beste oder nichts, dann nichts. Und warum, seht ihr in diesem Video. Tom von Race2Go. Wie ihr im Intro gesehen habt, gehört habt, ich bin kein Mercedes Freund. Woran das liegt, gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Baureihe W203 als auch der Nachfolger haben wirklich im Gegensatz, ich sage es jetzt mal platt wie es ist, zu einer Mazda 6 Probleme. Die sollte es eigentlich bei solch einem Premium Produkt nicht geben. Ich weiß, es gibt viele Mercedes Fans da draußen. Haut in die Tasten, kommentiert dieses Video, ergänzt, was an den Autos gut ist, was aber auch problematisch ist, was man noch in dem Video nicht gesagt haben. Es sind wirklich einige Punkte. Wir haben uns extra dieses Auto auch hier reingestellt, weil Wetter ist mal wieder regnerisch. Dafür muss man den Garten nicht gießen. Wunderbar. Wir haben aber auch das Problem, wenn wir die Fahrzeuge draußen begutachten. Es regnet, man sieht an der Karosserie nichts mehr. Schauen uns später mal ein Karosserie-Bauteil an. Das ist noch komplett nass, das wird auch noch nass bleiben. Schaut bitte, dass ihr, wenn im Autohaus oder bei Privatpersonen, dass ihr gerade bei dem Sturm, Wetter, Schnee, Eis einen trockenen Platz ausmacht, wo das Fahrzeug komplett abgetrocknet steht. Wenn nicht, kauft euch so anständige Trocknungstücher, mit denen ihr dann zumindest mal die komplette Feuchtigkeit vom Auto runter kriegt und dann wirklich ein Bild von der Karosserie bekommt, weil diese Autos sind deutlich mehr wert. Das ist ein Premiumprodukt, also sollte er auch im Alter, auch wenn er unter 10.000 Euro liegt, eine entsprechend gute Karosserie haben. Karosserie, sind wir beim ersten Thema. Ich weiß nicht, liebe Mercedes-Ingenieure, was ihr euch dabei gedacht habt, aber diese Autos hier sind so gut wie alle verrostet. Also da einen rostfreien aus einer Garage zu finden oder aus einem überdachten Stellplatz ist wirklich schwierig. Es kommt wirklich auf die Pflege vom Vorbesitzer an, aber wir haben massive Rostprobleme. Das fängt vorne an bei der Motorhaube und geht eigentlich über alle Karosserie-Teile und vor allem Falze anschauen an den Türen und hinten an der Heckklappe. Das heißt wirklich, jedes Karosserie-Teil, guckt euch die ganzen Flanken und so weiter an, dass ihr da wirklich gerade in dem Bereich vorne, wo Steinschläge dann auch aufs Auto drauf kommen, dass er hier nicht anfängt zu blühen, weil das ist eine sehr, sehr teure Lackierarbeit, wo ihr auch wirklich mehrere tausend Euro an so einem Fahrzeug, der dann, ich sag mal, zwischen 8.000 und 12.000 Euro, je nach Motorisierung und Ausstattung, wo ihr Geld verbrennt. Und irgendwann wird es so schlimm, dass ihr halt einen TÜV-Mangel bekommt und durch den TÜV fliegt und dann ist halt Feierabend für die Autos. Und es betrifft auch den kompletten Unterboden plus Schwellerbereich. Also da hat sich Mercedes irgendwie ein Eigentor geschossen, was die Qualität angeht. Also das am allerwichtigsten Außencheck erstmal. Ihr müsst auch wirklich, ich mach's mal einmal kurz vor, ihr müsst an die Türen und ihr müsst hier nicht nur reingreifen, wie Det Müller das bei Grip immer macht, sondern ihr müsst halt wirklich, das sieht halt peinlich aus, aber ihr müsst halt wirklich hier unten drunter gucken, müsst die Gummidichtung anlüpfen und hier einmal komplett alles anschauen, ob Rost vorhanden ist. Das ist jetzt Opas Liebling aus der Garage, Auto hat nur 87.000 Kilometer, rostfrei. Also sie gibt es auch rostfrei, aber das ist schon echt selten unten, nicht ein Sechser im Lotto, aber schon schwieriger zu finden. Ja, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Dominik, komm mal ran, hier sieht man es auch schon, obwohl das ein Garagenwagen ist, haben letztendlich viele Autos als Mangel, auch Japaner und so weiter. Das hört man auch, ich habe ein Mikro dran, der ist komplett stumpf, der Scheinwerfer. Bedeutet, das geht noch, wenn das aber weitergeht, fliegt ihr durch den TÜV, weil einfach die Streulinse und das Abblendlicht nicht mehr das tun kann, was er soll. Tipp von mir, kauft euch neue, nein, Spaß beiseite, man kann die entsprechend schleifen, anschleifen und neu machen. Wir müssen aber versiegeln an der Stelle, ja. Das sind dann halt aufgearbeitete Scheinwerfer, habt ihr so nie gemacht, wenn man es beim TÜV vorführt, geht es. Ist aber kein legaler Tipp hier an der Stelle. Theoretisch braucht man diese Gläser hier neu, beziehungsweise den Hauptscheinwerfer neu, aber wenn ihr die aufpoliert und das von Profi gemacht ist, klebt auf jeden Fall hier die Karosserie ab, dass ihr euch da keine Schleifspuren reinmacht und poliert es einfach auf und dann sollte das auch wieder mit dem TÜV hier an der Stelle klappen. So was ist natürlich deutlich günstiger, als hier einen Hauptscheinwerfer zu machen. Warum ist das nicht erlaubt, wenn falsch geschliffen, angeschliffen und poliert wird, verändert ihr das Glas und das kommt auch vor. Sehen wir leider auch häufig und dann streut der Scheinwerfer zu viel in andere Richtungen, blendet den Gegenverkehr und das ist sicherheitsrelevant. Also von daher wir nicht machen. Ihr versteht, was ich meine an der Stelle. Genau. Ja, das mal zum Karosserie-Check. Weiter geht es im Motorraum. So, wenn ihr vorne am Motorraum seid, gibt es hier so ein kleines Hebelchen zum rausziehen und dann könnt ihr die ganze Motorhaube lupfen und da geht es auch schon los. Macht ihr das von alleine? Sind die Dämpfer K.O. hier oder gehen die nach oben? Man kann das Ganze auch noch aushängen und noch weiter aufmachen. Ist ganz cool bei Mercedes. Also zum Warten wunderbar. Ja, hier vorne angekommen. Motoren bei Mercedes. Ich weiß, es gibt viele Fans da draußen von Mercedes. Ihr liebt diese Autos. Es ist ein Statussymbol. Hier haben wir ein C 180. Also ich meine 143 PS oder 140 PS. Also jetzt nichts Berühmtes. Fährt Smooth, macht seinen Dienst. Ist aber nicht unproblematisch. Und zwar haben wir bei dem Auto, und das werden wir beim Starten hören, wir haben Steuerkettenschaden. Das heißt, hier wird man es gleich rappeln, hören, ohne Ende. Und er hat auch Ölverlust. Sieht man hier vorne. In dem Bereich ist der Ventildeckel undicht. Hier drückt es das Öl schon rechts und links raus. Nur ein bisschen. Aber ja, ist ein bisschen schade. Ja, und das ist so meine Erfahrung mit Mercedes. Also wir sehen die zu Tausenden in sogenannten Online-Auktionen. Wir haben diverse Suchaufträge für Mercedes schon gehabt. Aber für mich als Händler ist der Zustand wirklich so schlecht, dass entweder was am Motor, am Getriebe, Fahrwerke sind echt ganz okay. Aber da ist immer irgendwas dran. Ja, jetzt so wie hier aus gepflegter Garagenhand. Service hat der Vorbesitzer selber gemacht. Vielleicht lag es auch daran, dass da jetzt das eine oder andere in Folge vielleicht nicht richtig gewartet wurde. Man weiß es nicht. Also es ist nicht bei Mercedes-Chef gepflegt leider. Auch nicht in der freien Werkstatt, sondern wirklich do-it-yourself. Soll regelmäßig gemacht sein. Aber ich habe auch keine Ölzettel oder Ankaufszettel vom Öl beim Fahrzeug gehabt. Und ja, wird jetzt halt gerade versteigert. Hoffen wir, dass wir für den Kunden das Maximale noch rausholen. Ansonsten, Rumpfmotor ist stabil. Also da kenne ich keine größeren Problematiken. Aber alles außenrum, was dran hängt. Das heißt, Servopumpen sind sehr häufig kaputt. Wasserpumpen sind sehr häufig kaputt. Klimaanlagen, Kompressoren gehen sehr häufig kaputt bei dem Fahrzeug. Also da wirklich obligatorisch reinhören, reinhören, reinhören. Das machen wir jetzt auch mal. So, ich mache mal den Motor kurz aus. Wir haben das Mikrofon mal an den Motor gemacht. Und hoffen, dass das Gezwitscher mit auf dem Video drauf ist. Also ich hoffe, Dominik und ich haben uns das hier rüberbringen können. Wir haben Steuerketten-Schaden. Ich versuche es mal nachzumachen. Tweet, 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 tweet. Also es zwitschert die ganze Zeit und es gibt Nebengeräusche beim Starten. Motor muss man mal laufen lassen, weil Batterie K.O. Das hatte ich euch in den anderen Checks auch gesagt. Guckt, dass die Autos kalt sind, weil dann hört er hier die volle Orgel. Keine Ahnung, schreibt es mal drunter, was ihr für einen Steuerketten-Zahnsatz bezahlt habt plus Einbau. Ist halt eine größere Geschichte, aber 1500 Euro, 1500 Euro im nicht-badischen Slang wird das garantiert kosten, wenn er das in einer fachkundigen Werkstatt macht. Wie gesagt, bei Mercedes, die nehmen es von den Nebenden. Ja, also von daher mal das dazu. Jetzt ein Fun-Fact. Was ich bei Mercedes krass finde, sind Wartungskosten von den Autos. Also ihr könnt die bei Mercedes logischerweise pflegen und so weiter. Da arbeiten ja auch coole Leute und so. Der Unterschied zwischen einer normalen C-Klasse und einem C43 oder C63 von den neueren Baujahren her. Also wir haben Kunden, die zahlen für eine A-Klasse oder eine B-Klasse. Also für den B1 oder B2, der kleinere Service, zahlen die schon um die 500-600 Euro hier in Süddeutschland. Ein C43 AMG Cabrio, Baujahr 2016, was wir jetzt gerade bei Mercedes hatten, weil Checkheft gepflegt soll er sein. Der AMG lag irgendwo bei 770 Euro. Das heißt, der Abstand zwischen einem Kavenzmann und einem normalen Standard-Benziner, der ist so marginal, dass das echt eine Frechheit ist. Normalerweise so ein BMW irgendwie 340i oder 440i, da zahlt ihr schon ordentlich bei BMW für den Service. Mercedes ist da günstiger bei den AMG-Modellen und die Standard-Dinger, also ich finde es echt Mercedes, puh, das ist wirklich für so ein Standard-Auto echt ein bisschen zu viel. Zumal in der Qualität, genau. Ja, Steuerkettenschaden habt ihr gehört hoffentlich und das kommt auch hier mal vor. Wie gesagt, das ist kein Verkaufsauto oder Suchauftragsauto, sondern soll versteigert werden, steht nur in der Garage rum, kommen keine Kilometer mehr drauf und bevor jetzt noch mehr Anschäden passiert, soll er eben weg, ohne dass man da jetzt nochmal was repariert. So ist in der Auktion mit Motor-Nebengeräuschen und jemand, der sich da auskennt, wird auch wissen, alles klar, passt. Kilometerstand. Der Zustand von außen und von innen sieht man, das Auto hat wirklich diese 87.000 Kilometer. Wenn ihr euch aber nicht sicher seid, geht mal in die Videokommentare. Da gibt es den Kali-Adapter. Das könnt ihr bei dem Auto anschließen, den Check durchführen und er liest aus den Steuergeräten die letzten Kilometerstände aus. Wird bei uns, wenn es technisch geht, bei den Fahrzeugen immer gemacht, dass wir wissen, okay, optische in Augenscheinnahme, Fahreigenschaften plus Kali ergibt ein Gesamtbild vom Kilometerstand. Ob das stimmig ist, wenn Kali gleich anschlägt, nachdem ihr Sichtprüfung, Motorprüfung gemacht habt, könnt ihr gleich nach Hause fahren. Also da macht bitte nicht den Fehler und sagt, so viele Kilometer wird er nicht gehabt haben. Wenn der jetzt wie hier aus erster Hand kommt, dann ist sowieso klar, wer dran rumgedreht hat. Aber wenn ihr Wagen zwei, drei Vorbesitzer habt, ist es eigentlich unmöglich für euch rauszufinden, wer hat den Kilometerstand manipuliert, wie viel Kilometer hat das Auto tatsächlich. Es gibt Verfahren, sogenannte Geräuschverfahren, die einen gewissen Range vorgeben können. Das geht auch mittlerweile ziemlich genau, kostet aber auch ein paar hundert Euro. Tut euch den Stress gar nicht an. Brecht ab, fahrt zum nächsten und sagt, ciao. Wenn ihr das Gefühl habt, dass derjenige, der vor euch steht, das gemacht hat, ruft die Polizei. Also da wirklich, das ist eine schwere Straftat. Kümmert euch darum, dass der Markt aussondiert wird von Leuten, die da irgendwie an die Kilometerstände manipulieren. So viel zum Motor. Schreibt aber in die Kommentare, was euch alles so bei dem C203 oder W203. Wie gesagt, bin ich der Mercedes-Freak. Von daher helft den anderen, wenn die so ein Auto kaufen wollen. Schreibt in die Kommentare, auf was man noch achten sollte, wenn man hier vorne aktiv ist. Klar, Hebebühne, Fahrwerkcheck, alles anschauen. Die kompletten Buchsen, die kompletten Gummilager, Querlenker, Dämpfer, Staubschutzmanschetten am Dämpfer. Guckt euch das alles in Ruhe an. Ja, das zum Motor. Gehen wir in den Innenraum. Angekommen mit dem Innenraum. Viele lieben das. Ich finde das einfach echt opamäßig. Also mich spricht das Design gar nicht an, aber darum geht es gar nicht. Ist ja auch kein Kauf- oder Verkaufsvideo, sondern wirklich ein Schwachstellenvideo. Grundsätzlich eigentlich alles cool, aber Elektronik aus den Baureihen, auch bei der E-Klasse, ein Graus. Das heißt, viele, viele Besitzer. Wir machen hier mal das Ding hier aus. Wartet mal. Moment. Geht das hier aus? Dann geht es schon los. Um die Batterie so ein bisschen zu schonen. Jetzt. Genau. Ja, genau. Um die Batterie zu schonen. Guckt euch wirklich im Stand aller Knöpfe an, ob alle Funktionen funktionieren. Dass hier wirklich kein Knopf ungetestet bleibt. Schaut wirklich, dass wirklich alles durchgetestet wird, wenn der Vorbesitzer Druck macht oder sonst irgendwas. Bleibt einfach cool. Take your time. Ohne Stress. Auch wenn es mal abends spät wird oder ihr morgens früh da seid oder Mittagspause ansteht. Guckt euch wirklich alles an. Weil der Innenraum ist eigentlich grundsolide verarbeitet. Wir hatten jetzt schon beim Nachfolger das Problem, dass hier die Komfortsitze die Luftbalksysteme drin haben. Dass das defekt war. Die elektronische Verstellung von den Sitzen defekt war. Dass die Klimaanlage nicht richtig funktioniert hat. Soundsysteme, die ihren Geist aufgegeben haben. Und die Funktionsknöpfe, die dann plötzlich nicht mehr funktionieren. Also Mercedes, I don't know. Das Modell, die Modellreihe ist problematisch. Dieses Modell aufgrund der wenigen Kilometer und wenig Nutzung, auch hier an den Knöpfen und so. Das sieht wirklich in einem tadellosen Zustand. Macht richtig Laune. Es riecht auch frisch hier drin Mercedes-like vom Leder her. Beziehungsweise dem Kunstleder, was hier verarbeitet ist. Lenkrad sieht man auch ganz toll. Aber wirklich alle Knöpfe ausprobieren. Alles durchtesten. Ganz in Ruhe. Und da wirklich drauf achten. Mich würde es mal interessieren, was bei eurer C-Klasse so alles kaputt gegangen ist im Innenraum. Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Sodass wir da wirklich eine vollständige Bibliothek haben. Was kann kaputt gehen? Was kostet es? Finde ich mega spannend, eure Kommentare. Macht das auch recht fleißig. Daumen nach oben. Und wenn es Kritik gibt, gerne immer reinhauen. So können wir dann auch Update-Videos drehen. Und das alles noch sicherer machen. Und am Ende dann eben die Verlinkung dann machen. Das zum Innenraum. Wie gesagt, der hat hier Kunstleder. Das reißt natürlich sehr gerne ein an den Sitzwangen hier. Dominik wird da noch so ein Detail-Video hier drehen. Also wirklich die Sitzwangen rechts, links, Fahrer, Beifahrersitz anschauen. Jetzt bei der Limousine ist es eher so, dass da mal Enkel oder sowas hinten mitfahren. Von daher da sehen wir es nicht häufig. Aber Fahrersitzeinstiegsbereich ist immer verschrubbelt. Jetzt bei dem Auto nicht. 87.000 Kilometer. Echt cool. Das dazu. Ja, das wäre es im Innenraum. Gucken wir noch hinten die Heckklappenbereich an. Angekommen an der Heckklappe. Ich habe es am Eingang des Videos schon erklärt. Hier sieht man auch schon alles nass. Man kann das gar nicht richtig prüfen. Also hier sind sie ganz oft, weil halt doch mal irgendwas hängen bleibt. Hier sind sie ganz oft verrostet. Also schaut hier wirklich nach Rostblüten in dem Bereich der Falzer hier. Das Modell ist wirklich cool. Bis auf den Steuerkettenschaden und die nicht durchgeführte Wartung. Aber da müsst ihr wirklich ganz, ganz genau hinschauen, dass euch da nichts an Rostblüten passiert. Und vor allem legt euch auch unter das Auto und guckt mal von unten unter die Stoßstange in dem Bereich, ob da entsprechende Roststellen schon vorhanden sind. Und wie gesagt, am besten nehmt das Auto ab zu TÜV-Dekra auf die Hebebühne oder in eine freie Werkstatt oder auch Mercedes. Wenn da die Leute ganz cool drauf sind, lasst das Auto einmal komplett professionell. Durchprüfen, weil ansonsten Folgekosten sein Vater. Ganz wichtig bei den Autos ist, dass ihr, aber das gilt auch für alle anderen Autos, da denken die meisten nicht dran. Und zwar müsst ihr diesen Abschlepphaken hier suchen. Und dann muss der so, ich hoffe wir kriegen das ganz gut drauf, muss der so aussehen. Also der hat weder was gezogen, was abgeschleppt, noch sonst irgendwas. Der ist komplett neu. Das sieht man auch hier am Gewinde. Der war noch nie irgendwo mal angebracht. Klar kann man so ein Teil nochmal für 15 Euro kaufen. Aber glaubt es mir, die entsprechenden Autohändler sind zu doof dafür. Genau, also das kann man auch noch als Check machen. Sollte man auch immer tun, mache ich zum Beispiel immer. Wenn ich noch im Kofferraum bin, suche ich sofort dieses Teil, um eben zu schauen. Was auch noch sehr häufig berichtet wird, sind Probleme mit Wassereintritt. Ich habe das auch extra so gelassen. Schaut euch das mal hier an. Wenn hier natürlich der Gammel schon drin liegt, staut sich das Wasser an, hier in dem Bereich und läuft natürlich drüber. Das kann beim Kombi genauso passieren wie beim Stufenheck. Das gilt jetzt nicht nur, das kann ja Mercedes jetzt nichts für, das ist die Pflege der Vorbesitzer. Man sieht es auch hier schön, hier steht das Wasser dann drin. Man ist hier gleich im Bereich des Innenraums der rückwärtigen Bank. Guckt euch das ganz genau an. Macht wirklich den Teppich-Check. Guckt unter alle Teppiche drunter mit der Hand. Ich weiß, manchmal ist es ein bisschen eklig. Corona sei Dank haben wir ja Gott sei Dank immer alle Masken auf. Aber wenn er schon innen drin so riecht, dass ihr eine Maske braucht, dann vielleicht das Auto nicht nehmen. Das dazu und in Folge dessen oder sehr häufig, wie gesagt, Elektronikprobleme sein Vater dieses Auto, sind dann eben auch die Rückleuchten, die Elektronik, die auch hier verbaut ist in der Heckklappe für die Kennzeichenbeleuchtung und die Bremsleuchte. Hier sind logischerweise Kabelverbindungen, die müssen ja hier rein. Die liegen hier innen drin. Und das sind Probleme, die dann auch auf dem Fahrzeugzettel immer stehen. Das braucht ihr eine zweite Person, die sich das genau anschaut. Der Bordcomputer hilft euch da. Wenn er dann schon sagt, Rücklicht hinten links defekt. Es aber funktioniert, wisst ihr schon. Kabelbruch, irgendwo ein Schaden im Steuergerät. Wie gesagt, es sind sehr viele Steuergeräte schon drin. Guckt im Aftermarket. Es gibt sehr viele Firmen, die diese Steuergeräte wieder fit machen. Aber kostet halt alles Geld, Zeit und Nerven. Mein Tipp ist, wenn ihr so ein Fahrzeug sucht, langstrengentaugliches Auto, Automatik. Mir sind echt totale Mazda-Fans, weil Autos funktionieren. Keine Störungen, keine Schäden, kein gar nichts. Also Abbaujahr 2012, 2013, als dann Ford wieder Ciao gesagt hat bei der gemeinsamen Entwicklung. Seitdem, also die Mazda 6 zum Beispiel, wirklich ein Kauftipp. Die gibt es auch als Stufenheck, wenn man das möchte. Super, super stabile Autos. Wie gesagt, Mercedes bei uns machen sich in der Garantiezeit nicht rühmlich. Also ein, zwei Schäden pro Jahr hat man da wirklich. Vielleicht liegt es auch an meinem Karma. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Mercedes macht mir nicht wirklich Spaß. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt eure Erfahrungen zum W203, zu der Baureihe. Würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Schreibt auch mal ein bisschen was zu den Wartungskosten, was ihr so bezahlt habt. Kleine Wartung, große Wartung. Helft den anderen, die so ein Auto suchen, weil, ja, designmäßig von außen, zeitlos schön. Klar, Mercedes macht natürlich auch ein bisschen was her. Schreibt es in die Kommentare. Bin gespannt. Und wenn euch das alles zu aufwendig ist, also ärgert mich nicht. Lasst mich bitte keine C-Klassen aus der Baureihe suchen. Das ist echt schwierig. Wir machen das. Wir suchen euch so ein Fahrzeug. Aber es ist nicht besonders einfach, sage ich gleich vorweg. Die sind, wenn sie rostfrei sein sollen, störungsfrei, von den Komponenten Scheckheft gepflegt. Das sind schon echt rare Autos. Und dann zahlt ihr auch ein paar tausend Euro mehr, als ihr das, was ihr am Marktpreis so seht. Also die sind schon sehr beliebt, die Fahrzeuge. Und es ist ein bisschen schwieriger für uns. Aber nächstes Mal kümmern wir uns drum. Dominik macht den Link rein, wo ihr draufklicken könnt, euren Suchauftrag starten könnt. Mein Name ist Tom. Ich freue mich auf euren Anruf. Ciao.